Beatrice Eckley freute sich riesig, als Florian Simbreisen vor tausenden Fans einen Heirassantrag machte. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Schandfläche abonnieren, um die neuesten Nachrichten von uns zu erhandeln. Beatrice Eckley und Florian Simbreisen sorgten für einen unvergesslichen Moment. Hans Florian während einer Musikveranstaltung in Berlin vor tausenden ihrer Fans einen großartigen Heirassantrag machte. Beatrice Herz wurde durch einen wunderschönen Heirassantrag erobert und die Veranstaltung war für das Paar und diejenigen, die sie liebten, ein unvergessliches Erlebnis. Der Vorschlag von Florian Simbreisen erregte die Aufmerksamkeit tausender Fans, die das Musikevent in Berlin besuchten. Auf einer hellen, erleuchteten Bühne drückte Florian seine tiefe Liebe zu Beatrice Eckley mit einer einfachen, aber bedeutungsvollen Frage aus. Sind Sie damit einverstanden, mich zu heiraten? Beatrice Emotionen und Glück lassen sich nicht in Worte fassen. Sie stimmte dem Vorschlag zu und ihre Umarmung wurde zum Glück spirituelle Übereinstimmung und Lieber. Dieses Ereignis war nicht nur ein Heirassantrag, sondern auch eine Erklärung ihrer großen Lieber. Dieser Vorschlag berührte die Herzen der Fans, die die Veranstaltung verformten, und derjenigen, die aus der Ferne unterstützten. Tausende Menschen teilten die Freude von Beatrice und Florian in den sozialen Netzwerken, und der Vorschlag wurde zu einem heißen Thema, das in Foren und Musiknachrichtenseiten diskutiert wurde. Dieses Ereignis hinterließ nicht nur einen unvergesslichen Eindruck in den Herzen von Beatrice und Florian, sondern hinterließ auch bei ihren Fans einen starken Eindruck. In den sozialen Netzwerken wurden Tausende von Beiträgen und Kommentaren erstellt, um Freude und Begeisterung über diesen Vorschlag zu teilen. Die Fans haben dem Paar ihre Freude und Unterstützung zum Ausdruck gebracht und sind gespannt auf ihre Zukunft. Beatrice Engley und Florian zum Bereisen waren schon immer ein perfektes Paar in Musik und Lieber. Ihre Verbindung auf der Bühne und im Privatleben schuf eine starke und ähnliche Beziehung in Liebe und Kunst. Der öffentliche Antrag war ein wichtiger Schritt in ihre Beziehung und die beiden Zeiten Vertrauen und Liebe zueinander. Der Heiratsantrag von Florian Boreisen an Beatrice Engley sorgte für einen unvergesslichen Moment in ihrem Leben und teilte diese Freude mit Tausenden von Fans auf der ganzen Welt. Ihr Glück und ihre Liebe sind ein Beispiel für schöne Liebe und starke Beziehung. Wir freuen uns auf weitere spannende Neuigkeiten und Ereignisse von diesem Paar in der Zukunft.